So, wieder zurück, Part 5, Dino Crisis, ich bin der Konsulärin 990, diesmal am Controller links von mir sitzt. Immer noch, Solaia. Ja, ich bin der Meinung, immer du kannst deinen eigenen Namen sagen, als dass ich es tue. Okay, der schlägt aus, wenn du nix sagst. Okay, ich dachte, du sagst was. Egal. So, wir müssen die Schlüsselkarte umschreiben. Ja, die Schlüsselkarte umschreiben, nehmen wir zum Fahrstuhl. Ach nee, es war einfach nur hier, ne? Doch, oder? Doch, stimmt. Ach, das wäre der Dino, der draußen ist. Achso, wenn man ihn hier vielleicht getötet hätte, sind draußen nicht zwei, sondern nur einer. Vielleicht, ja. Ja, 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 ja. Ein Gerät, dass die Daten... Nutziger ID benutzen. Oh, man macht sich das nicht mit Absicht. Objekt, ID-Karte nutzen. Kartendaten schreiben, Sequenz. Personalregistrierungsnummer eingeben. Äh, wir können ja die Nummer nehmen, die hier ist. 5, 7, 0, 3 und die 6. Wo habe ich hier nicht jetzt einen Finger? Bei irgendeiner Leiche. Ich weiß, was jetzt gerade nicht mehr Weltall ist. Was, die Leiche, die draußen lag? Das könnte sein. Bei der war es noch gar nicht dran, kann das sein? Nee. Also, es muss auf jeden Fall eine Leiche sein mit einem Arm. Hm. Gott, sonst wüsste ich ja nicht, welche Leiche sonst. Nimm ihn doch ein Stück Arm ab. Hä, ich habe keine Ahnung mehr. Ach, der, mach mal, geh mal zu den Typen in der, äh, genau, die Außen war doch so ein Außen- und Zerfetze da. Mein ich doch. Typ gewesen. Der hat doch irgendwie, ist ja ein Memo-Stand doch von wegen, ja, la, 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 oder so. Auf dem Ausgang, klar. Genau, und da hast du böse Häule wieder. Der hat noch ein Stück Arm. Nee. Geh dir mal zum Arm richtig. Boah. Oh, nee. Das war die Akte. Kannst du irgendwas wegschmeißen oder was benutzen? Mixen? Äh. Vielleicht Blutstiller? Blutstiller mit Medizin M. Hier? Nee, die, oder oben. Ja. Du hast einen Platz zwei. Und jetzt, nehm mal erst mal das da an und dann drück nochmal auf den. Okay. Wenn ich sag, das ist jetzt was anderes oder so. Ein Arm und ein Oberkörper. Nee, du hast dieses, ich glaube, da fehlt irgendwie so ein Gerät oder irgendwas. Sonst kannst du ja keinen Fingerabdruck nehmen. Boah, ey. Mann. Aber wo war das denn? Geh die Tür auf, Neber. Ich würde es nicht wissen. Heliport. Okay. Was denn Gerät soll ich denn nehmen? Wir sind in Evil. Hä, wo war denn? Nee, ich glaube, du brauchst jetzt irgendwie so einen Fingerabdrucksensor, Scanner, bla. Aber ich weiß jetzt nicht, äh. Also mir fährt jetzt gar nichts ein. Warte mal. Also oben. Oben war noch eine Tür. Oben war noch eine Tür. Warte, gucken hier. In den Außenbereich, ne? In dieser Außenfassade da, dieses. Satelliten-Satelliten-Satelliten-Schasse da ist. Athen, sie hat Blüten-Dingsbums. Ja. Wo am liebsten wir nach unten? Ich dachte, ich soll jetzt nach unten, Außenbereich. ja gut okay dann gehen wir wieder hoch ich weiß uns nicht wo sonst wo waren wir denn sonst nicht komplikaten das durch nicht mehr das war keller ich habe keine ahnung ist irgendwas vergessen also wir ja du guckst dich ja nie um er schläft ja okay jetzt war kein dance vor ihm oder so okay okay nein was willst du da ich weiß nicht was da ist ich fliehe nur ach nee warte mal war da nicht nur einer ja das ist die bar dafür ist er dahin was soll da sein ich weiß nicht da war wieder auch schon so demenz vielleicht liegt er jetzt da was weil er was umgeschmissen hat blut er hat ihn ja knabbert es liegt auch immer knabber ich versuche auszuweichen was du nicht kann weil du immer immer in die augen schießen wollte ich zurücklaufen gibst du ja so jetzt ja genau die war doch verschlossen ja vielleicht hast du ja den schlüssel schlüssel ktl da fehlt mir aber key oder nee sind ja die delikate ja von der anderen seite verschlossen was für ein scheiß warte kann man denn irgendwas in den anderen raum benutzen oder so deswegen ich weiß nicht wohin also da was benutzen es gibt keinen strom na da meine ich ja am händschlüssel haben wir nicht oder guck mal bitte momentan warte mal sorry ich will nicht den ganzen weg immer zurücklaufen ist das jetzt im ernst oder was ich parzei was ist denn das von let's play dann ach komm die paar meter ja nee sowas macht man nicht okay ich mach das nicht nochmal okay soll ich nochmal laden und nochmal nochmal hochlaufen und wieder zurück soll ich verarschen dann läufst du ja wieder die treppe hoch und runter man tut mir leid ja sorry so warte mal wo geh ich ja warte mal nee das gefühlt nach draußen ne nein ich will mal da lang gehen aber da hinten war doch noch ne tür ja da war ich auch schon drinnen neben der toilette ja da war ich auch schon drinnen also doch blöd dann sag ich dir ähm ich bin mir voll verwirrt vielleicht war es auch nicht die richtige Leiche er meinte im hintereingang wo wir hergekommen sind ja vielleicht mehr als hingehen und sterben kann ich nicht geht's gut aber sie ist so weil ich geladen habe haben wir die zeit gespart und ich muss länger spielen nicht da doch da nein doch da ja ok da war nur ein Loch da war nur ein Loch ja 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 Hä? Da dann, oder was? Vielleicht. Ja. Jetzt haben die Neun. Mann, der hat schon wieder geschlaft, ja? Der... Die sind voll. Null Null Schrott? Ach, Schrott. Wieder Ballyboom. Das kannst du auch nehmen. Au. Au. Großer Fahrstuhl. Ich bin immer froh, dass ich keine Facecam da habe. Ich bin immer froh. Au. Lass einfach rüber laufen. Äh, ich muss mich mal heilen. Hier? Ja. Ne, warte mal. So, um die nutze ich Waffen. Dann machen wir das so. Oh, scheiße. Entweder links oder rechts. Mann, steh auf. Maaan, ey. Wenigstens, du hast deine Waffe noch in der Hand. Bisschen Scheißding, ey. Steuerzentrale für den großen Fahrstuhl. Oh, Schlüsselkarte. L. Äh, Eingabedisc. Super. Wo war L? Jetzt haben wir beides L. Ich weiß nicht mehr. Weil ich bin irgendwie demnächst oder so. Bist du meine Leiche, die ich brauche? Ja. Jetzt haben wir beide L. Hä? Achso. Okay. Drück mal nochmal. Ist bei Ihnen noch irgendwas? Blut, das Blut hat begonnen zu gerinnen. Ah, okay. Das ist... Spielt das eigentlich im selben Universum? Das war Tom. Das war Tom. Was denn? Das war Tom, habe ich gesagt. Brauche ich noch was? Nein. Jetzt bin ich verwirrt. War nicht Tom, wo wir die Handabdruck brauchen? Ja, aber wir waren immer noch so ein Scanner oder irgendwie sowas. Hab ich gerade gespeichert? Weiß ich nicht. Soll ich speichern? Mach doch. Ich dachte, das wäre eine Karte, wo wir dann... Fantastisch. Gang zum Stromversorgung. Geh, bitte. Geh einfach. Was soll denn hier schon passieren? Es sind nur ein paar Vögel. Riesentauben. In ein Täubchen. So was hat man auch in Berlin. Ich hoffe, dass du deinen Schrank in den schieben kannst. Hm. Wie erkennst du nur sowas? Medizin M. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit Medizin auf einmal. Läuft. Was ist das? Schlüssel. Scheint zum Transport von Chemikalien benutzt zu werden. Kran-Karte. Ah, du weißt, welche Kran-Karte. Ja. What the fuck? Äh, keine. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Na. Vorsicht bei der Bedienung des Versorgungsrohrs. Durch das Starten des Hauptmotors kann der große Fahrstuhl angetrieben werden. Wird aus Versehen das falsche Rohr herabgelassen, so kann es durch einen Druck auf den Knopf des selben Terminals in eine Ursprungsposition zurückgebracht werden. Sollen wir jetzt raten, welcher Knopf welcher ist? Ja, drück mal erstmal hier irgendwo ein. Oh Gott. Hey. Grün. Gut, gut. Dann drücken wir hier blau. Das sieht schon mal fast richtig aus. Und hier kommt rott. Läuft. Hm, ja, ich glaube nicht. Dann drücken wir hier blau. Nein. Du musst blau drücken, damit es weg geht. Oh. Dann drücken wir hier rot. Hm, nö. Ich glaube, das da vorne ist falsch. Mann. Okay, 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 okay. Gucken wir, ob grün wenigstens richtig war. Machen wir grün zu grün. Sieht richtig aus. Dann ist das hier. Ach, scheiße, das war doch richtig. Dann ist das hier bestimmt, ähm... Warte, dann war das andersrum falsch bestimmt, ne? Das könnte sein, ja. Das hier war... Hier habe ich blau benutzt. Ich steck' fest. Glaub doch. Dann nehme ich hier rot weg. Dann machen wir es andersrum. Aber erst mal hier drüben war rot. Dann machen wir hier da drüben... Keine Ahnung. Rot. Oh, eingeklemmt. Ach, leck mich fett. Blau. Könnte noch hinkommen. Ja, sie verschnörkelt, die Dinger sind. Kann ich das... Mach doch mal unten erst mal den anderen fertig. Unten rechts. Das haut doch nicht hin. Ich glaube, ich muss sie dann sehen. Ach, so verschnörkelt meintest du? Schlimm alles nicht. Darf ich f3 drücken? Ja. Warte mal. Wir machen den ersten mal... Blau. Das geht überhaupt nicht. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ah, Dennis ist schlau. Konso. Wenn hier in der Mitte blau ist. Warte, warte, es hat seinen Sinn. Weil jetzt fügt der... Kann der sich so einfügen? Weißt du? Nehm ich das hier. Der andere... Ja? Was ist der andere? Das ist der letzte hier blau. Das stimmt aber auch nicht. Kann ich mal hochgucken, bitte? Ich habe noch vier Minuten. Ähm... Was meintest du jetzt gerade? Ich weiß nicht. Hier sind wir die ganz unten. Fang doch nicht immer irgendwie an, verwirrend. Hier? Nein, die andere Seite. Da. Ja, mach doch mal da erstmal rot. Okay. Weiter. Du bist fast grün nicht mehr. Du musst mal ein bisschen welche Farbe man empfängt eigentlich. Versuch mal grün erstmal. Naja, da hinkt er ich mir auch gerade. Jetzt, der sich... Der kann sich nicht mehr einsetzen, oder? Doch, kann er. Was ich nur auf blau sich da hinter einsetzt, glaube ich nicht, muss ich einfach sagen. Hm. Oder doch, es könnte sein jetzt. Oh doch. Du hast es geschafft? Sexy. Passend, dass der Partball zum Blech vorbei ist. Wir haben zwar immer noch nicht die Fingerabdruckding woom da, aber... Ich habe jetzt noch bis zum Fahrstuhl laufen. Ja. Na, war mir so klar. Ich mache mir so klar, dass ich das machen darf. What the fuck? Ich lebe noch. Ey. Wie wert man das denn ab? Das hättest du sein können. Yep. Könnte ich immer noch sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, dann gehen wir noch durch die Tür. Morgen gehen wir zum Fahrstuhl und gucken, was da passiert. Das will ich noch sehen. Okay. 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 Und dann kommen wir in die... Kommen wir dann in die, äh... Umbrella-Labore? Nein, war ein Witz. Den hab ich immer nur an sowas. In den Hive. Naja. Ab in den Hive. Ich dachte, da fällt jetzt was runter oder so. Der T-Rex. Von oben. Das ist ein bisschen Matsch, glaube ich. No chance. Was? Was denn? Bin ich gerade um den Kreis gelaufen? Ich denke, sie ist sicher wahrscheinlich gerade. Ein Haken. Ein Kran, besser gesagt. Ich glaube, die Sache hat alles ein Haken. Entschuldigung. Wenn du meinen Schrank verschieben würdest, dann wüsstest du, da würde auch was liegen. Schwerbetreuung, ey. Und das haben wir hier. Blutstiller. So. Ich drück mal hier. Speichern. Pause. Und lass sie jetzt das Zolea einfach weiterspielen im nächsten Part. Und dann hat sie auch gleich hier ein Rätsel. Und zwar, das hat alles ein Haken. Nein, ich bleib dabei. Somit. Auf Wiedersehen, auf Wiederschluss. Bis zum nächsten Part. Ich freu euch, wenn Zolea hier weitermachen muss. Und ich mich zurückgehen kann. Und tschüss.